Moin Leute, ich bin Ronja Onnen von Weiß Immobilien und wir befinden uns heute, wie ihr vielleicht schon hören könnt, in naturverbundener Lage von Wohldorf-Ulstedt. Wir zeigen euch heute dieses Haus, welches sich noch nicht im fertigen Zustand befindet, aber das Konzept und das mögliche Endergebnis kann sich definitiv blicken lassen. Tobi, blend doch mal die Visualisierung ein. Und behaltet genau diese Bilder im Kopf, während wir euch durchs Haus führen. Let's go! Dann kommt gerne mal rein. Was hier aktuell noch nach Baustelle aussieht, wird in naher Zukunft hochwertig saniert und mit einer luxuriösen Ausstattung versehen. Das Haus hat eine Wohn- und Nutzfläche von 297 Quadratmetern mit einer zusätzlich wohnlich nutzbaren Fläche von 16 Quadratmetern im Spitzboden. Wir haben hier sieben Zimmer verteilt auf einen offenen, wunderschönen Grundriff und wir wollen jetzt mal hier im Erdgeschoss anfangen. Wir sind nämlich gerade im Wohn- und Essbereich. Geplant ist hier eine moderne Küche mit, und jetzt haltet euch fest, einem eigenen Zugang zum Gemüsegarten. Hier kommen wir nun rüber in den Wohnbereich, der sehr gemütlich sein wird. Wir werden hier einen Kaminofen haben und natürlich den Blick in den parkähnlichen Garten mit südöstlich ausgerichteter Terrasse. Weiter geht's von hier nun in ein weiteres Zimmer. Das könnte man natürlich als Kinderzimmer nutzen oder als Büro. Der Ausblick eignet sich ja ideal dafür, um hier ein bisschen Ruhe zu finden. Hier im Erdgeschoss befindet sich zusätzlich ein Gäste-WC und natürlich der großzügige Flur. Und jetzt gehen wir mal nach oben. So, hier befinden wir uns nun im Dachgeschoss. Geplant sind zwei Kinderzimmer mit französischem Balkon und ein Hauptschlafzimmer mit eigenem Ankleidezimmer und Bad en Suite. Der Spitzboden bietet zusätzlich wohnlich nutzbaren Raum für ein weiteres Kinderzimmer oder ein Büro, wie wir es in der Visualisierung dargestellt haben. Nicht nur in dieser Etage, sondern auch im Spitzboden genießt ihr diesen Ausblick auf euer Grundstück. Im Gartengeschoss erwartet euch zudem ein geräumiger Hauswirtschaftsraum sowie zwei Hobbyräume, die euch viel Freiraum für Kreativität bieten. Und nach Absprache ist die Realisierung eines zusätzlichen Wellnessbereichs mit vollverglaster Sauna und angrenzendem Badezimmer möglich. Das Haus verfügt über einen privaten Tiefgaragen-Stellplatz und wenn dann mal Besuch bekommen sollte, bietet auch die große Einfahrt noch reichlich Platz für Abstellmöglichkeiten. Und jetzt noch ein paar Fakten. Geplant ist ein hochwertiger Parkettboden, eine komfortable Fußbodenheizung, eine moderne Giratursprechanlage, dreifach verglaste Fenster, eine indirekte atmosphärische Treppenbeleuchtung. Zusätzlich bietet das Haus einen energiesparenden Wärmeschutz durch eine Einblasdämmung und verfügt über eine Luft-Wasser-Wärmepumpe. Und zum krönenden Abschluss möchte ich, dass ihr dieses großzügige, parkähnliche Grundstück von 1878 Quadratmetern nochmal auf euch wirken lasst. Wenn ihr nach einem Zuhause sucht, was Luxus und Natur vereint, dann meldet euch bei uns. Musik Musik Musik